Schauen wir uns doch mal den E-Trading Bereich an. Dafür klicken Sie oben rechts auf Login, auf E-Banking und geben Ihr Username und Passwort ein. Falls Sie das Passwort vergessen haben, ist das kein Problem, Sie können hier einfach auf Passwort vergessen klicken und das Passwort zurücksetzen. Danach klicken wir auf Anmeldung und müssen in einem weiteren Schritt nochmal unser Passwort eingeben und bestätigen. Nun interessiert mich aber meine Kontoübersicht, das heißt ich klicke oben rechts auf mein Konto, auf Kontoübersicht und erhalte dann eine Übersicht über mein Gesamtkonto. Hier kann ich mein Gesamtportfolio in unterschiedlichen Währungen anschauen, hier in Schweizer Franken oder in US-Dollar, kann direkt auf den Trading Bereich zugreifen oder meine Kryptoanlagen anschauen. Dann Place in der Webse